Ja, in diesem Raum ist nichts. Wir müssen weiter. Ja, in dem Dekoratoren! Wie konnten wir nur auf einen dämlichen... Sie hatten nicht einmal Ausweite dabei! Dieser Lombax muss sofort geholfen werden. Wenn ihr mir den Sieg noch weiter verdienst, schmeißen euch alle in die Schmiede und machte eine müxlichste Lasse ein! Die Rubian-Schmiede wurde verstört, Sir. Was? Schnappt den Lombax! Schnappt den Lombax! Schnappt den Lombax! Die Einringlinge... Das waren nicht die Letzten. Wir brauchen einen Fluchtweg. Und wenn wir Blison nehmen? Gute Idee! Eine Monster-Dimension wirkt gerade ziemlich verlockend. Die Löwe ist eine Verbindung auf jeden Fall! Wir brauchen einen Fluchtweg. Wir brauchen einen Fluchtweg-Schmieden. Besser! their Verbindungen und zerstört. Wo Sie sind die Fluchtverlangen und Ziele sind die Fluchtverlangen. Die Fluchtverlangen haben solltagen, die Fluchtverlangen werden müssen. Das ist unser Ausweg. Ja, ja, ja. Alles klar. Alles klar. Das war's für heute. Dein Widerstand ist nicht willkommen! Das muss der letzte gewesen sein. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Du hast freie Hand, Glitch! Viel Zeit! Moment, in dieser Dimension sind auch Viren? Eine Nuklearimpuls-Aufrüstung? Jetzt fliegen sie auch noch? Na und? Sie werden trotzdem genauso gelöscht? Die Nuklearimpuls-Aufrüstung Die Nuklearimpuls-Aufrüstung Offic薄 Fassen Sie Sebel sind heiß! Jetzt finden Sie auch noch? Na und? Sie werden trotzdem genauso gelöscht. Schaut mich nur an! Jetzt fliegen Sie auch noch? Na und? Sie werden trotzdem genauso gelöscht. Der Schild ist zu dick! Ich muss ihn irgendwie umgehen! Was ist das? Cool! Im Halt waren wir bereit! Sie haben die Firewall des Computers gekapert, aber Sie müssen sicherlich, dass ich hier durchkomme, wenn ich die Kapscheln ausschalte. Oh! Die Kapscheln ist kaputt! 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 Das war's für heute. 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 Ich wusste, du schaffst das Glitch. Danke. Gut gemacht, Redshow. Du kannst die Schmiede anschalten. Wie machen wir das? Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist eine heftige Tür. Hier wird die Schmiede. Hier wird's für heute. Hier wird sicher die Energie für die Schmiede erzeugt. Hier wird sicher die Energie für die Schmiede erzeugt. Aber hier ist nicht. Hat uns der Schrottwort zum Narren? Keine Ahnung. Aber wenn hier wirklich die Energiequelle fehlt, holen wir sie doch aus der anderen Dimension. Aus der, in der die gesamte Station nach uns sucht? Bis uns etwas Besseres einfällt. Los, suchen wir uns etwas, please. Das war's für heute. Was? Das war's für heute. So wütend! Feuer einstellen und lauf! Ah! Waffen stören ihn nicht mal! Nodget, du machst ihn nur wütend! Feuer einstellen und lauf! Feuer einstellen und lauf! Weißt du, irgendwie wirkt die Dimension, in der die gesamte Station nach uns sucht, immer verlockender. Wenigst... Was höre ich denn da? Lauf einfach weiter! Ratchet, ich kann nirgends Blison sehen. Bleibt nur noch der Raum hinter der nächsten Sprengtür. Aber die sieht ziemlich zu aus. Und wenn wir den Kabeln über uns folgen, vielleicht lässt sich das Schloss abschalten. Du hast bestimmt recht. Diesmal. Layla... Fehler! Biogefahr entdeckt! Äh!? Nervoiden! Wir haben Hyvoiden! Nicht schon wieder! Was ist mit dem Licht? Juhu! Wer ist der? Das ist... etwas verunruhigend! Oh! Der Computer ist angegangen! Können wir uns das ansehen? Oh! Der Computer ist angegangen! Da ist ein Forschungsprotokoll! Interessant! Spielstationsprotokoll warten ab! Komm her! Komm her! Ich habe ihn gerade herausspielen sehen! Und da! Seht ihr ihn? Wie kann er so? Nicht schlimm! Ist das ein Hallo? Wartet! Was macht ihr denn da? Ihr tut ihm weh! Stopp! Hört sofort damit auf! Stopp! Das war der Schrottwatt? Und ich dachte, er rede von Saften! Nichts wie Raub? Hier! Die Waffen stören sie nicht mal! Ich weiß nicht mal! Ja das war! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.